Musik 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 Die sehen alle so tot aus. Musik 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 So, nandito kami ngayon sa crossing papunta sa taas pero may dalawa kaming options na daan. So, this way is around 8.5 km at Santa Peak. And, this way is only 4.1 km but more difficult yung daan. Kumpara dito na flat siya at cementado. Pero, dito rough siya at more adventurous. So, guys, ito yung pinipili naming daan. Mas malapit siya pero mas mahirap yung daan. Kumpara dito And now our adventure begins naan. Hehehe 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 Oh my god So, ganito kahirap yung daan guys. Pero, kaya namin. Apat na kilometro lang naman. Hehehe So, hindi pa kami nakaisang kilometro pero, feeling ko hinihigan ako. Hehehe Oh my god Kaya ko kaya to. Pero, walang problema. Dala-dala ko naman yung spray ko. Para sa hika. Hehehe So, yung asawa ko nakipagchikahan sa baba. Hehehe Nagpapicture kasi yung magkasawa. Kaya yun. Naguusap muna sila. Ganyan yung asawa ko. Lalo na pag lasing. Hehehe Lasing talaga. Hehehe Lalo na pag nakainom. Naku! Grabe yan. Hindi natitigil sa pagsasalitayan. Ikaw na lang yung mapagod. Hehehe Hindi pa yan nakainom ha. Ano pa kaya ko nakainom? Hehehe That is fine. Hehehe So, was? Was? Hehehe Nix. So. Ito yung mahirap dito kapag mahangin. Kasi may possibility na mabali yung kahoy at madaganan kayo kapag naglalakad. Kaya, careful, careful din. Kaya talaga dito mag-vlog kasi yung mga tao dito hindi naman nag-vlog. Ako lang yung nag-vlog. Ako lang yung nag-vlog. Ako lang yung nagsasalita ako nag-video. Pero yung pag-vlog. Pero yung pag-vlog. Ang ikaw dito wala. Pichu-pichu lang sila. Ako lang yung damya. Ako lang yung damya. Ako lang yung daming mga katlong kilometro pa. Mga igat. Pero kaya. Kaya, kaya. So mga ka-fan. Tinobad ko na yung sand-jacket ko kasi. Medyo. Kung nagpapabwisan na ako. Mayang maya hubarin ko dito yung isa pagdating sa taas kapag. Hindi naman masyadong malalito. I think yung ka-dalawang kilometro na kami. So mayroon kong dalawang kilometro na lakarin. Oh! 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 Punti na lang hindi pa umataki si Hika. Ilang gropo na kaya yung nakalampas sa amin. Ang bilis nila maglakad samantalang kami. Wala. Parang pagong. Kaya pa. Kaya. Kamang. Kamang, kamang. Karang. Pauwis na puwis na. Kaya ako. Pero. Kahit pinagpapawisan ako. Malamig pa din. Hindi. Fresh lang. Hindi naman sa malamig. Fresh lang. so we still have 2.5 km we have to go this way right oh man my thing makes me a little bit worried yung feeling nakaka-relaxan tali yung paang buti na lang may ginawang ganito at least nakaka-relax konti yung mga paang namin buti na lang mahangin guys kasi pag hindi mahangin hindi kakayanin hindi kakayanin ang power power kasi grabe nga hirap talaga ng daan pero nakaka-enjoy naman hindi boring it looks my god kawawa talaga yung mga kahoy chutsi i need a break yeah eat kitkat so give me i want sit a little bit longer so i need kitkat so guys alas once kami nag-start maglakad from galing sa baba tapos Heute ist es um 12.30 Uhr. Wir sind hier noch auf dem Weg. Wir haben noch ein Kit-Cut. Wollen wir noch mehr Kit-Cut? Hast du noch noch Kit-Cut? Nein, ich möchte keinen Zucker mehr. Ich habe keine Kit-Cut mehr. Aber ich habe andere. Nein, nein, nein. Ich bin hier um abzunig. Das ist nicht fair. Das ist auch nicht so viel. Weißt du? Ein bisschen Zucker ist auch gut. Nein, ich brauche. At least, wala nang mga Bato-Bato. Katikiman lang ng uping kaginhawaan sa paa. Das ist ein Fynn. Das ist auch Fynn. Das ist es nicht so Fynn. Das ist nicht wahr. Ich bin wirklich nicht schlecht. Wir wollen, weil wir gerne hierher kommen. Deshalb gibt es. Es ist ein Einmal, das ist laitende der Wir sind jetzt hier und die Arme nach oben zu sehen. Wir sind hier die Fliegen-Legendtour zu haben. Die Fliegen-Legendtour für die Fliegen-Legendtour von Hiking Tour. Wir sind hier oben, auf Strass. Aber die Fliegen-Legendtour ist 1.2km. Es ist immer wieder so viel zu verraten. Aber es ist es auch ein bisschen zu verraten. Es ist nicht so schwer, wie vorhin. Es ist sicher, dass wir uns zurückfließen können. Ich habe meine Mutter zu verraten, um zu verraten. Um zu verraten, die gleich wieder. Es ist so schwer. Und sie hat sich mit dem Problemen. Ich habe es noch nicht mehr zu verraten. Ich habe es noch nicht mehr zu verraten. Wir werden hier wieder zurückgehen. Wenn wir wieder zurückgehen können. So, wir werden hier wieder zurückgehen. Denn es ist viel cheaper. 20 Euro per Person. Mein Gott, du hast du einen Kabay. Und dann auf 3 Euro. 5 Euro? 25 Euro. Und hier? 20 Euro. 20 Euro. I need a break, but we don't have KitKat anymore I need a break, but we don't have it Oh, good That's really beautiful, I know it I need a break, but we don't have it I need a break, but we don't have it I need a break, but we don't have it I need a break, but we don't have it